Der Sehsinn ist eine Meisterleistung der Evolution und für die meisten Menschen der wichtigste Informationskanal. Doch was uns als einheitlicher Seeeindruck erscheint, wird von unterschiedlichen spezialisierten Systemen verarbeitet, zum Beispiel für das Erkennen von Bewegung, Farbe oder für die Sehschärfe. Wir sehen, weil Lichtwellen auf die Netzhaut treffen. Dort erregen sie die Photorezeptoren, die das Licht in Nervenimpulse überführen. Auf diese Weise wird die Außenwelt im Auge abgebildet. Die Nervenimpulse der Photorezeptoren werden quer durchs Gehirn geleitet, wo im primären visuellen Cortex eine ausführliche Analyse beginnt. Dessen Organisation ist Retinotop. Der Input benachbarter Photorezeptoren wird von benachbarten Neuronen bearbeitet. Mit geeigneten Methoden wäre also ein gesehenes Bild im Cortex ablesbar. Doch noch ist die detektierte Information sehr abstrakt. Es geht um Linien, Bewegung und Farbe. Um komplexe Objekte zu erkennen, sind weitere Verarbeitungsschritte nötig. Das geschieht zum Beispiel auf den sogenannten Was-und-Wo-Bahnen. Doch nicht nur dort. Insgesamt ist ein gutes Drittel des Gehirns direkt oder indirekt am Sehen beteiligt.